Die Reutlinger Achalmritterschaft konnte der Hilfsorganisation Brot für die Welt einen Scheck in Höhe von 2500 Euro überreichen. Das Geld sammelten die Ritter bei einer Spendenaktion auf dem Reutlinger Marktplatz. Es kommt den Opfern der Flutkatastrophe in Pakistan zugute. In einem Bildervortrag informierte die Organisation schließlich nicht nur über die aktuelle Situation vor Ort, sondern auch über den Verwendungszweck der Spendengelder. Zum Ausklang der feierlichen Scheckübergabe gab es ein buntes Programm mit mittelalterlichem Tanz und einem Schwertjob.